Vizekanzler Habeck hat der AfD vorgeworfen, den Wunsch zu haben, einen Staat mit einer nationalidentitären Ausrichtung zu etablieren. Er äußerte sich skeptisch zu einem möglichen Verbotsverfahren. Verfassungsjurist Thiele ist in den Tagesthemen der Ansicht, dass die Chancen für ein solches Verfahren gestiegen sind. Nach dem Bekanntwerden eines Treffens von radikalen Rechten, an dem auch AfD-Mitglieder teilgenommen haben, diskutiert die Politik weiter über ein mögliches Verbotsverfahren gegen die Partei. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck äußerte sich in der Debatte nun aber zurückhaltend und warnte vor den Folgen, sollte ein solches Verfahren scheitern. Im Interview mit dem Stern betonte er, die Hürden für ein Parteiverbotsverfahren seien zu Recht sehr hoch und der Schaden durch ein gescheitertes Verbotsverfahren wäre massiv. Daher müsse die Grundlage für ein solches Verfahren absolut gerichtsfest sein. Ausschließen will der grünen Politiker die Option aber nicht, denn seiner Ansicht nach werde immer deutlicher, dass die AfD einen nationalidentitären Staat schaffen will, sagte Habeck und betonte. Robert Habeck, Bundeswirtschaftsminister sollte sicher nachgewiesen sein, dass eine Partei das Land in einen faschistischen Staat verwandeln will, gehört sie verboten, egal, wie stark sie ist. So oder so müssen die demokratischen Parteien die AfD-Polite schlagen. Faeser, Verbot als letztes Mittel der Verfassung. Vor Habeck hatte auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser gegenüber dem SWR geäußert, sie halte ein Verbotsverfahren für möglich, ebenso wie ein Verbotsverfahren gegen die junge Alternative, der Nachwuchsorganisation der Partei. Gleichzeitig stellte auch sie die hohen Hürden dieses letzten Mittels der Verfassung in den Vordergrund. Die SPD-Politikerin mahnte, zunächst müssten sich die anderen Parteien inhaltlich mit der AfD auseinandersetzen, denn keinesfalls dürfe der Eindruck entstehen, es werde nach einem Parteiverbot gerufen, weil die Politik argumentativ nicht weiterkomme. Ähnlich hatten auch CDU und CSU argumentiert und sich zu einem Verbotsverfahren eher ablehnend positioniert. So hatte der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frey, betont, er wolle sich nicht ausmalen, was am Ende ein Scheitern des Verbotsverfahrens bedeuten würde. Die Parteien hätten vielmehr die Aufgabe, um Wählerstimmen zu werben und dafür zu sorgen, dass radikale und extremistische Parteien möglichst keinen Zulauf finden. Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt mahnte, die Auseinandersetzung mit der AfD müsse politisch geführt werden, juristisch werde das nicht gelingen.